... wird sich die Weiterfahrt unseres Prokests noch auf einige Minuten verzögern. Ich hoffe diesmal, dass diese Information so auch eintrifft. Ich danke schon mal vorab für Ihre Geduld. Auf dem vor uns liegenden Strickenabschnitt befindet sich noch ein Körnerzug mit technischen Problemen. Deshalb wird sich die Weiterfahrt unseres Zuges noch verzögern. ... technischen Problemen. Ich denke mal so, die Weiterfahrt in ca. 5 bis 6 Minuten in Betongenuld. Danke. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.